So, okay, das bleibt jetzt fixiert. Ich habe jetzt den dritten Arm. Dies kommt hier hin. Also nur noch ein Arm. Nur noch ein Arm. Warte, schauen wir mal. Gibt es hier was zum Nehmen? Nein, immer noch nichts. Ich komme erst später dann. Wahrscheinlich muss ich noch das letzte aktivieren und dann dort hinten. So, ich habe jetzt diese Maus, äh, Maus, äh, Uhrensteiger bekommen. Hätte ich die gedacht. So, was macht das? Aha. Und das... Okay. Okay. Ich muss das wahrscheinlich... In das untere... Jetzt muss ich da lang. Ah! Schon erledigt. Okay. Ah, und der vierte Arm. Ist aber schon geil geworden. Ich bin doch so... Die Rätsel sind nicht so ultra schwer. Man findet alles recht schnell. Und jetzt springen wir hier rüber. Schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Wieder durch diese Tür, okay. Aber da oben ist so ein... Loch. Jetzt habe ich gedacht, dass wir von dort auch mal kommen würden. Oder vielleicht sind wir das jetzt gerade. So, der vierte Traum, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich sehe schon. Das kann ich einfach rumdrehen. Warte. Hier gibt's nix. Ein Bass. Und eine... Und eine Größe her würde ich sagen Viola. Ah, da. Ja. Pass mal, ja. Hier fehlt der Strom. Ach, da. Kabel. Klaas. Das ist schon cool. Okay. Also ich muss das Strom... hier nach hinten bringen. Und hier fehlt mir was. Okay, dann muss ich zuerst... die andere Seite... Warte, kann ich noch weiter zurück? Nein. Nach vorne. Die andere Seite. Jetzt muss ich, glaube ich, Deck klettern gehen. Oh. Hm? So. Wollen wir mal... zuerst nach oben. Ich muss... Sind dieses Loch da? Ähm... Was soll ich jetzt hier? Ich glaube, ich muss dann vielleicht doch zuerst... da lang. Ah! Ein Hebel ist gekommen, ich... Was macht das? Ah! Ah, okay. Ich muss das wahrscheinlich dann nach links. Und da hin. Dann rauf. Und was jetzt? Die Lampe. Eine Glühbirne habe ich gefunden. So, hier ist es fertig. Jetzt drehe ich das mal... da hin. Und das geht jetzt nach... Oh, da ist ein Hebel. Da ist noch ein Hebel. Wieso? Aha! Äh! Was soll ich mit dem machen? Da ist so ein rundes Ding. Wird es mich jetzt... Okay. Eine Schlange. Konnte ich einfach mitnehmen. Hat mich nicht getötet. Okay. Eine Schlange. Warte, kann ich es noch weiter vor? Nein. Ja, die Wand kann ich auch noch. Aha. Warte mal. Da ist noch ein Stromkabel. Funktioniert nicht. Okay, das da links schaut komisch aus. Das muss ich hier machen. Hallo, weil ich bin gerade gestorben. Okay. Irgendwas mit dem Spiegel. Aber da, wenn ich das Licht anmache, töten die mich. Die Schlange funktioniert nicht. Was ich... Ich muss zuerst... den Spiegel machen. Ah, jetzt... jetzt... Nein. Ich muss zuerst hier das ändern. Schlange oder Lampe hier. Okay. Jetzt wird mir gestorben. Ah, aus der Schlange wurde ein Kabel. Eine Maske. Und dann greifen mich die... die anderen nicht an, weil sie glauben, ich bin... Warte mal. Auf deren Seite. Ne, geht nicht weiter. Aber da ist... dieser rote Kreis. Was bedeutet der? Los. Also ist das so ein Zeichen. Ich muss wieder tausend drehen. Dann wieder nach vorne. Dann hier nach rechts. Okay, wow. Das hätte er... musste er unbedingt vor einen Spiegel machen. Das ging nicht... sonst wo. Und da muss ich das nur drehen. Krass. Und da funktioniert... Jetzt kommt... ein Konzert oder... ein Theater. Ich würde sagen, das Theater. Oh, 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 oh. Ah, da links. Und... das nächste... Traum. Ich glaube, jetzt sind wir schon im fünften. Werdet sich hier irgendwas? Na, hier ist es immer gleich. Da ist es ein Klo. Krass. Oh, die Uhr, die Uhr, die Uhr. Okay. Hier, nach links geht's. Nach rechts geht's nicht. Zug. In der Uhr. Ah, jetzt kann er auf einmal auch springen. Da lernt er aber dazu. Eins. Safe. Was habe ich gekriegt? Ähm. Visulierbar. Oh, ich bin... Jetzt fährt der Zug los. Ich bin in einem Waggon. Okay. Er springt automatisch rüber. Ich muss mal vorne. Weiter vorne geht's nicht. Zurück. Uh. Da ist der Kleine. Was? Ich glaube, irgendwas hat... Muss ich mit dem Kleinen machen. Oh. Oh. Ein Heber, watermark, was? Okay. was ist hier hier ein octagon panne warte mal jetzt bin ich auf der deken ist das ein schlüssel kabinett key hier gibt nichts mehr nichts kabinett bist du das kabinett das ist ein kabinett ein korkenzieher mit dem korkenzieher öffentlich hier den boden das habe ich schon alles versucht das funktioniert nicht ja hier war ich schon noch eins dahinten geht nicht dann gehen wir im nächsten wagen also hier muss irgendwas mit dieser fläche sein da kann ich was machen so was willst du die alles kein sinne geben ich glaube da muss irgendwas kohle rein nächstes wakon also kohle und die und hier kommt das nach drum hier kommt das elektrische tape elektrische tape isolierband so ich muss nach da nach rechts da machen wir mal das untere nein so jetzt habe ich alter ich habe mich verdrückt also linke taste so jetzt das da drücken ist die untere taste also es warte es geht jetzt nur noch direkt dass die truhe kann ich ohne flüssen ein spielzeug was fehlt hier aha ein korkenzieher ein korkenzieher dass man einfach runter drückt jetzt habe ich kein isolierband mehr das geht weiter es geht weiter es geht nach oben aber ich muss schneller sein ok ich verstehe aber warte mal klavier klavier hier fehlt mir was kohle hier steht piano war gut was kann das ding gar nix das war's ok ok von entzug jetzt in entwundel mit pilzen die leuchten das war's mein klavier ach so warte weil es ist ja darunter gefallen ok ok gegen diese frau brauche ich irgendwas kohle oder irgendwas was brennt das habe ich gemacht das habe ich gemacht das habe ich gemacht so ich versuche es noch warte mal hier fehlt mir was und hier wird der strom kommen also bis ich kein strom habe äh bis ich nicht das ding habe bringt mir kein strom irgendwas so was muss ich mal noch eins gibt es hier irgendwas zu mitnehmen nein also nur diese kabeldinger gibt es da vielleicht im nächsten was gibt es hier hier gibt es das ich so machen kann ah jetzt bin ich auf der anderen seite der elefantmann ist wieder da was soll ich hier ich glaube nur abhängen bis der vorbeigeht ja jetzt springt der router mutig ist er okay warte kohle wie ich es vermutet habe er kann mich eh nicht sehen dann schmeiße ich das dort rein und dann wird sie wahrscheinlich wieder irgendwas öffnen hier gab es gar nichts mehr auf decken kann ich nicht weil oh kohle kohle so schnell 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 und der eine weg wird aber schon lang sein bis ich zur jetzt kriege ich das ding nicht an das gibt es ja nicht was ich muss irgendwas vergessen haben so jetzt brauche ich was zum anzünden irgendwas gegen diese frau im rollstuhl was brauche ich noch das da habe ich gemacht kriege ich das piano irgendwie wieder zurück vielleicht muss ich ganz noch zurück jetzt und was mache ich mit der frau jano war steht da vielleicht hier ich muss hier irgendwas übersehen haben hier ist gar nichts aber noch ein hebel okay nach zurück geht es nicht geht es hier noch einen nach vorne geht es hier einen zurück nach vorne nein gut dann sieht das die einzige option diese kiste bewegt sich komisch dann gehen wir noch weiter zurück das ist wagon nr 1 wir fahren ja wirklich okay was ist das für ein geräusch okay hier gibt es gar nichts in den loch komme ich nicht rein aber eigentlich müsste ich hier nach oben gehen können aber da ist anscheinend nichts zu holen die leiter kann ich nicht benutzen man ich habe irgendwas habe ich übersehen hier vielleicht hier habe ich doch safe was übersehen kann ich hier entlang na so bin ich ja eh reingegangen hier irgendwas übersehen pilze pilze baum schatten da komme ich nicht hin da gehe ich nicht hin brauche irgendwas gegen die jetzt bin ich auf der decken ich kann mich ja gar nichts machen kann ich noch eins nach hinten nein dann nach vorne kann ich hier noch eins nach vorne nein so hier ist das erledigt das ist erledigt das haben wir geöffnet als wir oben waren dann hier